Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Ja, wir sind in der Zuflucht und wir haben gerade ein klein bisschen Probleme mit den Leapons, die von allen Seiten kommen. Ah, geh weg da! Stopp, stopp, stopp. Ah, die sind beide gefallen. Ah, da ist noch ein zweiter von Wüster. Verdammt. Ah, da guck ich, ehrlich gesagt, guck ich da lieber einen Reaper in die Augen, als einen Verwüster so nach. So, da sind schon wieder so Barrieren. Barrieren gehen kaputt. So. Demnächstes ist hier keine Benji. Hallo? So. 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 Ne. Ende. So. 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 Ich hab's weg so nach informationen suchen erstmal weg jo hallo information noch mehr brotkasten mir die geht es gut das baum jetzt ich glaube da müsste noch ein wort kommen aber irgendwie ist das abgebrochen naja hallo hier ist nichts mehr da ist noch was befehlsequenz eingeleitet nein mein gott ach so genau hier wo danke ausgang genau hier damit wahrscheinlich darüber ja die bringt uns näher an den turm das bringt uns ja an den turm und wie fährt man das ding hat es mir auch irgendwie verraten nein doch hier da die steuerung da ist jetzt fahren und muss ich dann noch ein fahrzeug jetzt hat es okay das dauert alles ein bisschen länger auf der bio da ist ein großer und da ist auch ein großer da ist auch da ist auch ein fahrzeug da ist auch ein fahrzeug da ist auch ein fahrzeug ist auch ein fahrzeug nein konzentriert das feuer auf benji nein bleibst du da steh ich könnte ein schild gebrauchen verdammt jetzt darfst du mal ein schildere generieren das hier mal wieder Hallo? Ah! Dass der auch gleich mal so zuhauen muss Geh da hoch du! Ah! Komm Schildchen du darfst dich regenerieren! Ich sag du darfst dich regenerieren! Ah! Medigil! Gott sei Dank! Medigil! Oh! Ohohohohoho! Da hat er mir eine Schilder wieder hin! Hey! Ah! Leute! Ah! Jetzt aber! Oh Gott! Ich hasse Benjis! Hörst du auf zu schreien? Danke! Oh Gott! Oh Gott! Ich hasse die wirklich! Dann los! Das haben wir hier eine Kapselstatus! Kapselstatus! Kapsel 1! Fremdmaterial vorhanden! Kapsel 2! Beschädigt! Kapsel 3! Subjektiv! Subjekt! Subjekt deaktiviert nicht subjektiv! Ähm! Hier noch irgendwas! Munition! Oh! Hier haben wir noch was! Forschungssachen! Da geht nicht weiter! aber hier stufe 40 fast geschafft Sie haben es gehört. Bereit machen. Shepard. Commander Shepard. Perfektes Timing. Die Waffe runter. Nein. Orianna wollte mich erschießen. Ohne Zweifel Mirandas Einfluss. Leider daneben. Wo ist Kai Lang? Ich weiß nicht. Weg. Hat meine Forschung genommen und uns zurückgelassen. Miranda. Hören Sie mich. Das ist nah genug. Alle beide. Ich werde beenden, was Kai Lang nicht getan hat. Jetzt ist Schluss. Im Gegenteil. Die Reaper sind kein Problem mehr. Wir haben einen Ausweg. Loslassen. Shepard. Er darf sie nicht haben. Shepard. Bitte. Mit mir kann man reden. Ich habe kein Problem mit ihnen. Ich will nur Orianna und die Forschungsdaten. Sie wollen viel. Sie kriegen dafür ihr Leben. Wie viel ist das wert? Gut. Nein, sie sind sie. Aber ich will leben. Deal? Den Deal hattest du nicht mit mir. Den Deal hattest du nicht mit mir. Hör zu. Hör zu. Ich wollte ein normales Leben für dich. Heiraten. Kinder. Was ich nie haben konnte. Ich weiß. Ich wollte nur meine Schwester. Ich liebe dich, Ori. Ich liebe dich auch. Shepard. Ich bin hier. Bevor Kai Lang ging, habe ich ihm einen Sender angehängt. Einen Sender? Sie denken an alles. Nicht an alles. Nicht an alles. Niemand ist perfekt. Aber Ori ist in Sicherheit. Ich habe noch nie jemanden wie sie getroffen. Nein. Hören Sie nicht. Ihre Schwester ist bei mir sicher. Gut. Ich wünschte nur... Ich... Ja? Miranda. Miranda. Sorgen wir dafür, dass jeder von diesem Ort erfährt. Das Störsignal wurde deaktiviert. Hören Sie. Das ist kein Flüchtlingslager, sondern eine Cerberus-Anlage unter Leitung meines Vaters. Los, Arianna. Wir bringen Sie weg von hier. Oh Mann. Hau und Miranda. Ich war dagegen, dass Sie sich um die Zuflucht kümmern, Commander. Zu viele Unbekannte. Aber ich hatte Unrecht. Das Cerberus-Labor hat ja auf Großes hingedeutet. Aber damit hätten wir nie gerechnet. So viele Flüchtlinge. Dieses Gemetzel. Nur um die Indoktrination zu studieren. Die Zuflucht musste geschlossen werden, Sir. Was Sie über die Reaper erfahren haben, war die vielen Opfer nicht wert. Die Information ist nützlich. Aber Sie haben recht. Der Preis war zu hoch. Wissen wir, wo der Unbekannte sich aufhält? Ja. Kai Leng hatte einen Sender von uns, als er sich zurückgemeldet hat. Gut. Damit haben wir eine Chance, Cerberus aus dem Spiel zu nehmen. In der Tat. Für die Information wurden große Opfer gebracht. Ich werde die Rechnung begleichen. Wir vernichten Cerberus und dann sind die Reaper dran. Verstanden. Merkets Ende. Ja, und jetzt geht es direkt zum Cerberus-Hauptquartier. In der nächsten Folge allerdings erst. Und dann werden wir mal freundlich beim Unbekannten vorbeigucken. Bis dahin macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt. Und dann geht es direkt zum Cerberus-Hauptquartier.